johannes 10 30 ich und der vater sind eins einer der beliebtesten verse um die gottheit jesu zu beweisen in vers 14 bestätigte herr jesus der gute hirte zu sein und zitiert somit psalm 23 jeder jude hätte verstanden dass es sich somit gott gleich macht mit jahwe aus psalm 23 umso dramatischer ist das was der jesus uns in vers 28 und 29 lehrt der vater und der sohn sind hier eins in der errettung und bewahrung des menschen sie sind diejenigen die das ewige leben geben aus jesaja 43 11 wissen wir dass der einzige retter jahwe ist es gibt keinen anderen retter diese stellen sind eindeutige hinweise darauf dass gott mehr personal ist es ist ein wesen und mindestens zwei personal wenn wir uns johannes 10 anschauen daher ist es nicht verwunderlich dass die juden in johannes 10 31 die steine aufhoben und dem herrn jesus dann erklärt haben dass sie ihn nicht wegen guten werken steinigen wollen sondern weil er lästert und sich selbst zu gott macht nun gibt es neben dem arianismus oder jeglicher irrlehre die jesus die gottheit abspricht auch die irrlehre des modalismus heutige vertreter dieser irrlehre oder jeglicher ansicht bei der gesagt wird dass der vater der sohn ist missbrauchen wiederum johannes 10 30 für ihre irrlehre hierbei wird völlig ausgeblendet was davor und was danach steht es wird dieser vers genommen und es wird hinein interpretiert dass der sohn der vater ist sie sind eins im sinne dass sie dass selbe sind der gleiche die kategorie person und die kategorie wesen werden vermischt doch der herr jesus christus ist hier laut bibel unmissverständlich in seiner aussage er spricht hier von sich also ich diese eine person der herr jesus und der vater eine zweite person sind 1 in was sie 1 sind haben wir in dem video bisher durchgenommen aber ganz eindeutig ist hier die rede von zwei personen hier steht nicht ich bin der vater da steht auch nirgendwo in der bibel diese lehre ist der bibel vollkommen fremd